Kennt ihr schon dieses proteinreiche Rezept? Dieser Linsensalat enthält 32 Gramm Protein und 530 Kalorien. Alles was ihr braucht sind eine halbe Gurke, Sellerie, Lauchzwiebel, eine halbe Paprika, Tofu, einen Teelöffel Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer, Linsen. Das alles vermischen und lasst es euch schmecken! Mehr veganen und glutenfreien Rezepte findet ihr auf meinem Kanal.